Äh, äh, ist das, ist das möglich? Ist es meine Stimme, wenn ich das? Äh, hey, ich lebe wieder. Hurra, ich lebe wieder. Ja, hm. Ich segnete im 2. September 2013 das Zeitliche. Und ich war mit mir durchaus im Reinen und müsste mich hier nicht auch noch als 4 Milliarden Star User profilieren, aber, aber ich denke jetzt, wo ich durch jemand anders, eine andere Person, ein Verrückter, aber egal, man nimmt was man kriegen kann, nur die Chance habe, hier erneut in Erscheinung zu treten, dachte ich, ich mach mal was. Na gut, dieser Typ hier, dieser Körper mit dem Mundgeruch, der immer auf dem Sofa einpennt, also ich weiß nicht recht, was der für einer ist, aber immer wenn der schläft, kann ich durch seinen Körper hier denken, sprechen oder etwas schräuben tun, aber immerhin, oder?